Seid ihr herzlich willkommen. Ich möchte mein super Angebot ankündigen und etwas ermöglichen. Es ist was einzigartiges, zwar zwei Horoskopen im Preis für eins und das für nur 25 Euro. Es ist wirklich interessant. Ich biete nämlich zwei Geburtshoroskope an. Einmal die Berechnung nach westlichen Astrologie und einmal die Berechnung nach indischen Astrologie. Natürlich ist es anderes. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen die Horoskopen anderes. Andere Berechnung, andere Ergebnis. Zwei verschiedenen Horoskope. Aber wo findet euch selbst? Ihr sollt beide Seiten anschauen und vielleicht vergleichen. Und was spricht euch eher an? Und die beiden Horoskopen biete ich für nur 25 Euro an. Ihr könnt jetzt schon die beiden Horoskopen bestellen. Mein E-Mail-Adresse ist denderamedici at gmail.com Und das bedeutet, ihr bekommt zwei Videos, zwei Geburtshoroskop-Analyse. Einmal indisch, einmal westlich und das für nur 25 Euro. Dazu benötige ich euren Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Es ist auch noch möglich, dazu ein Jahreshoroskop. Was kommt konkret Jahr 2020? Und diesen Jahreshoroskop kann ich auch als Videoberatung liefern. Mein Honorar betrifft für Jahreshoroskop auch 25 Euro. Wenn ihr alle drei Videos wünscht, zwei Geburtshoroskop-Analyse und dazu ein Jahreshoroskop für Jahr 2020, dann beträgt mein Honorar 50 Euro. Das ist doch ein super Angebot. Ich bedanke mich für euren Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera